Wir sind hierher gekommen und es ging sofort los. Wir hatten hier sozusagen diesen kleinen weißen Anbau, den haben wir umgebaut, haben da drin produziert und sofort kam das Bauamt und Gewerbeaufsichten und alle kamen wie die Schmeißfliegen zum Scheißhaufen hin und haben angefangen uns irgendwie hier fertig zu machen. Hast du sowas schon mal gelesen? Wie lange machst du das jetzt? 22, über 20 Jahre. Hast du so einen Satz hier schon mal gelesen? Nein. Und wir haben uns aber irgendwie dagegen eine Menge gewehrt und haben konstruktiv natürlich auch mitgearbeitet mit der Bürokratie. Das Ständerwerk muss das ja auch alles noch tragen. Ich bin kein Bauingenieur. Nee, nee, aber die Bauingenieure sagen, das geht in Ordnung, was ich will machen. Das wollte ich hören. Und haben es geschafft, tatsächlich dieses ganze Gebäude umzubauen und jetzt legal hier zu produzieren.